Wenn Sie dann möchten, ich habe keine Zeit dafür. Ich soll die Schiffe, die uns angegriffen haben, lokalisieren. Ich habe die Langstreckensensoren auf höchstmögliche Reichweite gestellt. Und jetzt glauben Sie, die Sensoren mithilfe des Bilderzeugungssystems für den tiefen Raum erweitern zu können? Wissen Sie, ja. In den vergangenen zwei Stunden habe ich genau an diesem Verfahren gearbeitet. Wirklich? Lassen Sie mal sehen. Zweifeln Sie an meiner Fähigkeit, dies durchzuführen? Hören Sie... Ich wollte hier arbeiten. Ich habe bemerkt, dass Sie schon damit begonnen haben. Also habe ich meine Hilfe angeboten. Das ist alles. Ich wollte helfen. Ein algorisches Feedback verhindert immer noch die Auflösung. Dekompilieren Sie die Datenbanken 59 bis 17 und versuchen Sie, es zu isolieren. Sofort. Oder Sie sollten den Raum verlassen. Okay. Ich bin ja sehr gutmütig. Ich meine, es gehört eine Menge dazu, mich auf die Palme zu bringen. Aber das gilt nicht für alle. Sie müssen lernen, wie man gewisse Dinge etwas diplomatischer sagt. Oder auch nicht. Herr Reiner? Ich muss mit Ihnen sprechen. Natürlich. Nehmen Sie Platz. Ich ziehe es vor zu stehen. Oh, ich vergaß. Sie haben mich einst ermutigt, meine Meinung offen zu legen, wenn ich etwas Relevantes zu sagen hätte. Sie möchten dieses Schiff in den Alpha-Quadranten bringen. Dennoch befolgen Sie das Sternenflottenprotokoll bezüglich des ersten Kontakts. Diese beiden Ziele sind inkompatibel. Sie haben meine direkten Befehle missachtet. Die Folge war, dass Sie ein empfindungsfähiges Wesen zum Tode verurteilt haben. Dadurch wurde aber auch der Angriff der Hirotschen abgewehrt. Ein Angriff, der uns hätte vernichten können. Vielleicht auch nicht. Jedenfalls war es nicht an Ihnen, diese Entscheidung. Es ist verwirrend. Was meinen Sie? Sie haben mich zu einem Individuum gemacht. Sie haben mich ermutigt, nicht mehr wie ein Mitglied des Kollektivs zu sein. Aber ich werde bestraft, wenn ich versuche, diese Unabhängigkeit umzusetzen. Ich glaube, Sie bestrafen mich, weil ich nicht in denselben Bahnen denke wie Sie. Weil ich kein Abziehbild. Sie respektierten meine Individualität. Aber in Wahrheit haben Sie Angst davor. Aber in Wahrheit haben Sie Angst davor. Ich habe annähernd 10 Millionen Nanosonden der Borg repliziert. Jede wurde nach meinen Spezifikationen neu... Torpedos sind ungeeignet. Haben Sie eine bessere Idee? Wir sind Borg. Ich interpretiere das als Ja. Die Nanosonden über einen Radius von 5 Lichtjahren. Unsere Torpedos einsetzen und so einige... ...in Frachtraum 2. Zusammen mit dem Käpt'n. Und einer Reihe... ...Schlag herübergebient. Wir brauchen Hilfe. Und einer Reihe... Wir brauchen Hilfe. Ja.